Im gleichen Moment rief eine Stimme hinter mir. »Und du kannst wirklich letzte Worte auswendig?« Sie rannte auf mich zu, packte mich an der Schulter und drückte mich zurück auf die Schaukel. »Ja«, sagte ich. Dann fügte ich zögernd hinzu. »Willst du's testen?« »JfK«. »Das ist offensichtlich«, antwortete ich. »Ach ja?«, fragte sie. »Nein«, das waren seine letzten Worte. Jemand sagte, »Mr. President, Sie können nicht behaupten, dass Dallas Sie nicht liebt.« Und darauf sagte er, »Das ist offensichtlich.« Und dann haben sie ihn erschossen. Sie lachte. »Gott, das ist ja furchtbar. Ich sollte nicht lachen, aber ich tue's trotzdem.« Und dann lachte sie wieder. »Also gut, Mr. berühmte letzte Worte. Ich hab was für dich.« Sie griff in ihren vollgestopften Rucksack und zerrte ein Buch heraus. Gabriel García Márquez, der General in seinem Labyrinth. Eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Es geht um Simon Bolivar. Ich wusste nicht, wer Simon Bolivar war, aber sie ließ mir keine Zeit zu fragen. Es ist ein historischer Roman, deswegen weiß ich nicht, ob es stimmt, aber in dem Buch hier, weißt du, was da seine letzten Worte sind? Nein, das weißt du nicht, aber ich sag es dir, Senior Abschiedsbemerkung. Und dann zündete sie sich eine Zigarette an und saugte so lange so fest daran, dass ich fürchtete, die ganze Zigarette würde in einem Zug abbrennen. Sie blies den Rauch aus und las mir vor. Ihn, also Simon Bolivar, durchschauerte die überwältigende Offenbarung, dass der wahnsinnige Wettlauf zwischen seinen Leiden und seinen Träumen in jenem Augenblick das Ziel erreichte. Der Rest war Finsternis. Verflucht noch mal, seufzte er, wie komme ich bloß aus diesem Labyrinth heraus? Starke letzte Worte erkannte ich auf Anhieb, und ich beschloss, mir eine Biografie von diesem Simon Bolivar zu besorgen. Es waren wunderbare letzte Worte, auch wenn ich sie nicht ganz verstand. »Und was ist das für ein Labyrinth?« fragte ich. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, davon zu reden, wie schön sie war, wie sie neben mir in der Dunkelheit saß und nach Mädchenschweiß und Sonnenschein und Vanilleroch in dieser von einem schmalen Mond erhielten Nacht, in der ich kaum mehr sah als ihre Silhouette, außer wenn sie an ihrer Kippe zog, wenn ihr Gesicht von der glühenden Kirsche ihrer Zigarette in blassrotes Licht getaucht wurde. Doch selbst im Dunkeln konnte ich ihre Augen sehen, wie funkelndes Maragde. Sie hatte die Art von Augen, die einen von vornherein dazu verdammen, alles, was sie tat und sagte, gut zu finden. Und sie war nicht nur schön, sie war auch sexy.